m die hallo und jetzt kommt sondern ein folge von netzbläden die versammlung mein kopf die gehen zwar das ist natürlich falsch weil ihr seht natürlich mit auch diese etwas komulentere olle dame super happy dass die zweite folge die erste folge war ein special mit gesamten team game session ja und wir hoffen diese folge hat euch natürlich auch gefallen und aber bevor wir anfangen ein paar organisatorische sachen und zwar kamen ja minecraft minigames jetzt immer also normalerweise immer mein minecraft minigames kann normalerweise immer mittwochs und freitags ab jetzt kommt aber minecraft minigames nur noch mittwochs und dafür kommt die zeit am freitag weil sonst ist das meine verhältnisse etwas zu viel aber ihr zeigt das verständnis ja und wie ich schon angeschaut habe die erste let's play happy wheels folge ich glaube da war die musik ein bisschen zu laut man es kaum verstanden ich hoffe man versteht mich jetzt etwas besser ich habe die etwas runter geregelt wir hoffen natürlich auch dass euch die art von musik so gefällt für solche projekte weil wir uns gedacht happy wheels ist was etwas spezielles brauchen wir uns so gedacht wer ist denn mit so einer spaßigen musik ja und so ein bisschen angehört ist aufnahmen und so und wir fanden ganz gut ganz gut ich hoffe es euch für euch das euch auch gefällt ja ja komm dann fangen wir an haben jetzt schon zwei minuten gelabert aber vorher muss man noch options rein richtigen wir sparen ja gar nix ja gar nicht für die an ok muss ich dann überhaupt reintreffen um zu gewinnen ich werfe einfach mal ja toll das hat man auch ein bisschen besser machen können also ganz ehrlich easy peasy ganz ehrlich was wollt ihr eigentlich ich bin einfach nur ein gott what the fact wie einfach war das die land wo first try oder was in den nächsten level also wenn wir hier so durchwaschen schaffen hier eine seite pro pro das part when page to hitmen hitmen ist geil oder hat man hallo gerade was reingesteckt er hoffe ich an zuweil ich bin ein headshot da bist ich habe ich als bekomme das weg gelernt immer auf kopfhör ziehen war wieder hier siehst du komm nimm den shotgun du willst das ja er möchte schon so viel leben verloren ich habe doch das geld da ist eingesteckt feldet hat acht also schütze dort da es hat er gegenloben alkohol ist nicht gesund mein freund ein roh hallo hallo lady das sind die öfters hier warum sind die denn so alleine darf ich mich da für mich zu sie gesellen oder möchten sie irgendwo zwischen ihre ruhe aber ich bleibe trotzdem ich bleibe einfach hier steht ich trotz einfach sie an und sie können weiter es auch noch mehr nein verpiss dich okay ey was soll das dort spielt nein er wird lol der hat unseren sohn gekillt was für ein bastard handkantenschlag hier weg da hat er dann sein gesicht zu hängen jetzt ist weg hier einfach black ops da nicht zielen du sollst mal da schön weiter ja lady ich habe diesmal keine zeit für sie ich muss meinen sohn retten ja schneller ich bin letztlich der redner hitman scheiß teures so gerettet 25,1 sieben sekunden das hat mein sohn eigentlich in der bar verloren hinter schon sohn mit so wie alt ist der 8 oder 9 dann fängt er schon an zu saufen das ist nicht gut wenn was bist du bloß für ein vater das hat er seine arme hängen am lenkrad ja und mein sohn kriegt voll das blut von seinem fahrer in seinem fahrer das macht ja irgendwie wenn sein vater 8 hat dann wird ja auch angesteckt nein nicht zu schnell die mir vermutlich sterben dann geht nicht scheiße dieses war genau 28 Sekunden war genau geplant da wir waschen hier durch impossible haupt da dürfen wir uns einen charakter aussuchen was gibt es denn hier gibt es eigentlich neue charaktäre mehr gibt es nicht indianer jungs ein anschwung du lebst ja wohl noch war ja schon sagen das level hat fünf sterne die krieg doch wozu die sie ist und packt schluse game naja da alles langweilig sie keine geilen level ich kann nicht lesen ja ja geil okay das machen wir jetzt nochmal War das echt zu easy Oder bin ich einfach nur so gut Wann steht da Ich kann das gar nicht lesen Das geht viel zu schnell Das ist ja voll easy Aber ich glaube man überlebt das nicht am Ende Nachher Ways to die Minigun Bottle run master Bottle run macht auch immer fun Bottle run macht auch immer fun Road 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 Boost boost Nein so nehmann du blockierst Mein Hinterrad verpiss dich Ich glaube ich werde langsamer Ja ja Und wieder sterb ich an Bei jedes Level sterb ich an Meine was du what fuck Happy ball throw Ball throw Ball throw ist einer meiner Lieblingskategorien bei happy wheels Das ist geil Das ist geil Okay Dammit Nein I believe I can fly Haben wir euch denn jetzt gewonnen? Ich habe da in Minendelf reingeworfen oder nicht Egal Ja gut habe ich gesagt dass ich nicht in Wind reingeworfen habe Ja gut das habe ich Cool jump Jetpack fight Komm wir machen mal Jetpack fight Was das? Wtf Wtf Oh nicht so hoch So hier ich habe dich aufgespießt Alter der hat mir voll seine lanze in mein Ich kann nicht mehr fliegen Komm du kommst mit mir sterben wir zusammen Tja und jetzt hängt da beide da so rum Das habt ihr davon Okay Nächster Level Ball throw Ball throw Ball throw ist immer geil Okay Ja easy Ich habe schon ein Wind reingetroffen Ich muss erst in an lockt door reinwerfen Das habe ich dir ernst Das ist jetzt echt nicht dein ernst oder? Was passiert jetzt? Warum kommt der Blut vom Himmel? Da Nein Ey das ist der Kopf vom kleinen Sohnemann Vom kleinen Jürgen Ey Oh das war Ja drei Bälle Sehr gut Aber ich will mir den Kopf werfen Nein nicht in dev Aber zwei Wie ist das denn das war erst mal Jetzt treffe ich Ja 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 So ich so extra noch mal in den Wind reintreffen Maul Wenn ihr treffe ich in dev Alter wer Man kommt schon Ja ja Alter mit dem letzten Ball Genau 64 Sekunden Nice Sniper shooting Jetpack Ball Spike Spike voll neon Spike voll Spike voll ist so das wo man da runterfallen muss Ne Da gibt nicht Spike voll heißt erhob nicht fallen Okay Save your replay could be in the ranking Das sieht nicht gut aus Was sind wir Was sind wir Ich vermute mal das soll professionalized Achso Entschuldigung falls ich mich ein bisschen erkältet anhöre Ich hab ein bisschen schnupfen aber es geht es ja wie so schlimm Das versteht ihr Das sieht gut aus Das sieht gut aus Das sieht nicht gut aus Mann Darf ich nicht springen oder was Das sieht sehr gut aus Okay man darf am Anfang tatsächlich nicht springen Einfach nur geschmeidig runterfangen Swat throw Swat Swat throw What the fuck wer ist sie denn ey What What shit does die What the fuck Impossible swords are made with Achievers These people have been taken hostage By this Also die kleine ist gefangen By this little girl Who has been Proceeded Kill her with your machetes In order to defeat her And escape her Right Nicht so viele Schwerter für den Typen nehmen Alter Und wir finden den anderen nicht mehr Ja komm schon In den Arschritzen Alter what the fuck Ja komm schon Fetter Ja Nougat schnittentyp Du schaffst es Der wird die ganze Zeit am Arsch aufgekratzt Nein Das war zu weit Wow ernsthaft jetzt bleibt es da oben drauf liegen Holy Ich komm an den Schwert An den Schwert Ne ist ja ne Machete Komm da nicht ran What the fuck Okay next run Ey ne R drücken nicht T Oh 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 Ich hab mich fast selber gekillt ey Alter einmal kastrieren bitte Oder sterilisieren Nein 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 Noi What the fuck Alter Das kommt ja auch zurückgeflogen Leute What the fuck Ich hab das schon durchgeworfen Okay man muss so werfen What the fuck Das ist doch nicht möglich Jetzt rennt wieder von vorne anfangen Oder was Das ist doch scheiße Das war wieder zu hoch Erst mal die Nugottschnitte kastriert Ja komm Ja Jetzt meine Chance Ja Ich hab's geschafft Dank What the fuck Kacken Kacken Yeah Geschafft Juhu Ich hab's geschafft Mit der Hilfe der Nugotschnitte Danke Danke Äh Pogojump 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 ist aber auch meistens ganz witzig Oh 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 Hier ist Snoop als erster Schwierigkeitsgrad Sonst ist es immer Justin Bieber oder nicht Naja Better but still noob Ich bin kein Noob mehr Very good Lul Pff Scheiße Ey Ich bin mindestens zu Nice gekommen Ja Wow Lass mich eiskalt geköpft Ey Oder was ist da oben was Nein ich wollte zurückspringen Ich wollte zurückspringen Pogo Pogo man Oh Der hat mich fast wieder geköpft Und lass mich doch Da oben ist doch bestimmt irgendwas Oder so ein Secret Victory oder so Komm da komm ich sowieso nicht hin Komm schon Komm schon Oh was für ein Frontflip ey Ah diesmal hat mich Nice nicht gekillt Ich hab dich überwunden Ich hab dich überwunden Ich hab dich überwunden Ich hab dich aus Ja sicherlich Yep you are Guck mal ich bin Hacker Oh lebt mir am Arsch Ja ja du bist wem witziger war da kann man überhaupt nicht durch Ich hab überhaupt nicht damit gerechnet Jetzt nicht ein Blickwunsch Ich glaube jetzt haben wir alle Level geschafft Und ich würde sagen Damit beenden wir diese Folge Wenn euch diese Folge wieder einmal gefallen hat Würde ich mich sehr über einen Daumen hoch Und eine allgemeine positive Bewertung Oder einen positiven Kommentar freuen Irgendwas wollte ich noch sagen Ich hab's vergessen Äh Warte Kommt gleich Achso ja Hier weil ich es gerade sehe Happy Wheels hat ja hier so ein So eine Kategorie Level Editor Da kann man ja die Eigene Level erstellen Und dann online stellen Falls ihr Zuschauer Bob habt Ja Für uns Team Game Session Level zu erstellen Könnt ihr es sehr gerne machen Und dann Wird in Zukunft bestimmt noch Viele viele Spe... Specials 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 geben Da wo wir wieder alle dabei sind Also Dan Idon und ich Und dann testen Oder beziehungsweise spielen wir eure Level Ja was haltet ihr von Also ich würde es geil finden Ja und mit diesen Worten würde ich sagen Vielen Dank dass ihr eingeschaltet habt Bei dieser Happy Wheels Folge Würde mich freuen wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder Mit dabei seid Ja würde ich sagen Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Alles Tschüss 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 Iris amus Vielen Dank.